willkommen bei profi schnapp.de aus der hausausstellung direkt zu uns kam dieses schöne stück und zwar der sessel 3 26 14 salzer von willi schillig in leder z 59 long live 42 also ein gebrochenes weiß sehr schöne sessel der ist drehbar das ist schon mal nicht schlecht wir hatten akku verbaut und vier knöpfe wenn ich jetzt den richtigen drücke dann kommt die zunge raus und der rücken geht runter ich drücke jetzt zwei knöpfe damit es schneller geht hohe bequemlichkeit hier noch eine klemmbeschlag drin damit ich mir das kopfteil vor holen kann sehr hohe bequemlichkeit top bequemlichkeit und der vorteil sie können in jeder position anhalten ich kann jetzt zum beispiel nur dass die füße etwas runter machen oder ich kann hier den rücken hoch machen dann deswegen etwas strecken als in jeder position kann ich anhalten sie brauchen kein kabel nur zum laden alle sechs bis acht wochen und wenn ich jetzt die richtigen knöpfe drücken würde käme ich auch wieder zurück in die ausgangsposition aha ich habe es geschafft kein kabel wunderschöner sternfuß pflegelechtes long live leder da geht auch eine solch helle farbe ich zeige ihnen auch von hinten richtig toll und mittel fester sitz nicht zu hoch richtig toll also wenn sie sowas suchen und relaxes mit hoher bequemlichkeit mit akku vom marken hersteller warum nicht salzer ich habe eine ganz klare empfehlung für sie schnappen sie zu stück aus der hausausstellung und tschüss